Musik Hallo und herzlich willkommen heute zum zweiten Advent. Letzte Woche habe ich schon ein kleines süßes Adventspaket verschickt und heute ist wieder jemand dran. Einer von euch kann ein paar süße Kleinigkeiten gewinnen und ich freue mich sehr, dass ihr das gewinnen könnt. Mit diesem Paket sind eher ein paar Sachen für die Nägel enthalten und ich freue mich doch sehr, dass ich euch diese Produkte zur Verfügung stellen kann. Ich habe mich einmal dazu entschieden, zwei Produkte von Caprice zu holen, die auch natürlich zusammen passen. Die sind aus der Feathers & Pearls Collection und da darf ich euch vorstellen, einmal der Charleston Fame Nagellack in einer rosanen Farbe und natürlich habe ich euch dazu noch den passenden Lippenstift geholt, auch von Caprice, auch in einer rosanen Farbe, eben passend zum Nagellack. Das heißt, da braucht ihr euch schon mal keine Sorgen machen. Dann gibt es noch Nagelfolien von mir und zwar sind die von Glamstripes.com. Da durfte ich ja schon eben diese Nagelfolien und auch schon ein wimpernverlängerndes Puder testen und ich bin von diesen Folien wirklich begeistert. Die halten wirklich gut und die gibt es in tausend verschiedenen Formen und Farben und Mustern und dann merkt man auch wirklich die Qualität. Ich habe mich jetzt hier für vier Stück entschieden. Die werde ich euch mal kurz zeigen. Das ist einmal im angesagten Jeans Look. Der ist ja sehr in. Dann habe ich mir hier so einen rosanen, verspielten Blütenlook ausgesucht. Dann habe ich mir hier, also die finde ich auch sehr schön, für eure Nagelspitzen in Grau eine Rose ausgesucht und dann gibt es noch hier mit so einem, wie sagt man, Blasen-Effekt etwas in rosa. Das ist auch so 3D, wie ihr sehen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Solche Folien kosten das Stück so ungefähr 2,50 bis 3 Euro. Das heißt, da habt ihr auch einiges an Wert zu Hause und könnt eure Nägeln und eure Kreativität freien laufen lassen. Und dann wie immer wieder ein paar Proben von mir. Diesmal sind wirklich ganz coole dabei. Und zwar sind das diesmal vier Stück. Ich bin im Moment an einem Langzeitprojekt zum Aufhellen der Zähne dabei. Und in diesem Zuge durfte ich natürlich auch die Firma Rocks kennenlernen, von denen ich die Produkte habe. Und da packe ich euch mal zwei Proberpäckchen Zahncreme mit rein. Das eine ist so eine Delicate White. Also Sweet Mint, ja, im Prinzip zum Aufhellen. Also nichts Besonderes in dem Sinne. Die zweite, die finde ich aber relativ cool. Und wer Zahncreme mit Geschmack mag, mag die bestimmt auch. Und zwar ist das Schokolade und Minze. Also das finde ich schon sehr, sehr cool. Keine Angst, ich habe nicht mehr Probepackungen für mich, damit ich die auch testen kann. Aber ich dachte, ich packe euch das mal rein. Denn ich finde die Marke sehr nett und auch sehr sympathisch. Und ich finde, die haben sehr coole, ausgefallene Zahncremes, wie unter anderem auch hier diese Schokominze. Und sehr viele Sachen auch zum Aufhellen. Und deswegen packe ich euch die mal rein, damit auch eure Zähne Spaß haben. Und dann wieder von Paul Mitchell zwei kleine Probepackungen. Einmal Gloss Drops. Das packt ihr in eure Spitzen rein. Und einmal ein extra Body Sculpting Gel. Das ist ein volumenspendendes Gel. Und damit haben wir hier unser kleines Paket. Auch im Gesamtwert von 15 Euro ungefähr. Und ich freue mich, wenn ich das an jemanden von euch da draußen verlosen darf. Was ihr dafür tun müsst, ist es ganz, ganz einfach. Schreibt doch einfach mal in den Kommentaren, was dieses Jahr bei euch zu Weihnachten zu essen gibt. Das würde mich mal interessieren. Ob es die ganz klassische Ganz ist oder nichts Besonderes. Oder ob ihr essen geht. Schreibt es in die Kommentare und schon nehmt ihr automatisch teil. Das Gewinnspiel geht wieder bis einschließlich kommenden Freitag. Da werde ich dann am späten Abend den Gewinne auslosen und werde den Bekannt geben auf Facebook und auch hier auf YouTube. Und dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, einen wunderschönen zweiten Advent euch allen mit Familie. Wieder Kakao und hoffentlich leckere Plätzchen. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Und nicht vergessen, Video brav teilen und auch liken, damit es auch andere sehen und teilnehmen können. Bis die Tage. Tschüss. 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 Tschüss.